Wir möchten noch mal gucken, ob ihr ein bisschen Rock'n'Roll-tauglich seid. Wie sieht's bei euch aus? Steht ihr auf Rock'n'Roll? Das war nicht überzeugend. Vielleicht spielen wir erstmal einen anderen Song, und zwar einen Song, den spielen wir schon so lange, dass Kinder, die quasi nach unserer Bandgründung geboren wurden, denken, da wer von uns ist er nicht. Aber ihr geht mit eurer Unterstützung, können wir spielen. Duab-Klassiker von den Reds, es geht jetzt um eure Hände. Auf den Zweier, ihr Pissau! 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 Musik 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 Musik